ein paar plugins haben wir ja drauf das könnten wir dieses teleporten nicht machen das ist schon praktisch um zueinander zu finden oder halt auch dieses sitzplug in wärme jedes plugin drauf dass ich jetzt meine hand leer machen kann nur dann kann ich mich hier an tisch setzen so zack jetzt sich hier wirklich so guten tag jetzt seid ihr in meiner hose gewesen entschuldigung war den mann nicht zu über acht du scheiße die zweite wahl das trinkpäckchen ist näher dran so die augen gespritzt quasi nimm meinen saft das klingt falsch ich kann wasser spritzen okay das war wenigstens nicht ich das beruhigt mich ein bisschen wir gehen hier mal mit teddy mit zu schönen jazz klängen hier gegen you to put your loving marble on the track quasi das verstehe ich nicht elf leute sind im ziel also ins ziel gekommen und hier oben zeigt er mir an dass acht leute die bahn beendet haben das kann irgendwie nicht stimmen was sagt er mir sollst du noch ein brot backen ritter der schwerter soll yuko heute noch ein brot backen hier mit dem ohr muss ich hören ja also der ritter das schwerter sagt mir morgen reicht aber du musst heute noch was anderes machen weil ich habe so hat jeder seine aufgabe und morty ach ja du bist warum was tust du und warum ja du bist wirklich der sohn deines vaters das muss man einfach mal sagen ja wie wäre es mit was zu essen habe ich das gut bekommen oh gott wir werden ersticken verdammt ich will ich ich glaube ich nicht gekriegt scheiß drauf wir haben die maske natürlich ich auch dankeschön du bist mal blöck nati okay dann würde ich dir viel spaß und lag du weißt wie gleich katzenhaare mund hatte ich habe sie auf jeden fall jetzt schon in der nase aber das ist absolut wert na was siehst du da irgendein sekt liegt da wieder was und müde langsam will mein mund nicht mehr reden ich gebe es auf ich will dieses scheiß mit futter gar nicht mehr haben nein nein ach ja zu den motor anmachen ist nicht schneller ja die fahrt jetzt auch schön drüber job job ist tot die riesenblume da was ist mit dem oh ich bin hier oben wie cool ich habe vor den überblick die alle und zack ich auch birdie nur döner macht schöner ja fragt mal juku als wir frisch zusammen waren habe ich irgendwann da war ich bei ihm zu besuch das erste mal und habe mich irgendwann halbnackt ins wohnzimmer gestellt und habe mir eine zwiebel auf den korb gehalten mich gedreht und habe gesungen ich habe eine zwiebel auf dem korb ich bin döner und er ist mit mir zusammengeblieben also was sagt das über diesen mann aus ich weiß es nicht gut dann interagieren wir mal ist das ist das so beabsichtigt dass wir hier hinter dem portal stehen und einen zipfel sehen ich bin mir nicht sicher verwende das portal da sind wir rein im abend dann kann ich wenigstens ein witcher reich sein hey katze liebe mich liebe mich scheiße ich habe sie donderpanzerung noch teurer schwere panzerung ok da müssen wir erst mal starten ach hier muss ich klicken mission fehlgeschlagen ach so ich muss mir die pump action schrotflinte kaufen das hatte ich nicht mitbekommen und das taktische licht ja ok gut dann müssen wir das jetzt noch mal machen ich kann bei einer shop mission fehlschlagen ok dann nehmen wir einfach mal ist gut zack gereicht nein geh wieder hoch ok dann müssen wir so platt machen hilft nicht hilft nicht ans ufer mit dir lass mich rein f au hey hallo moment mo sag mal ich bin jetzt das erst mal also ich versuch zumindest ich lasse hier die löwen an ich mag die haben diese klippte augen genauso wie sieht ihr das wie die machen kannst du hier nicht rein waaaaaah 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 muss ich auch singen waaaaaah 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 ich schwa aaaaaah waaaaaah 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 waaaah waaaaaah ub Entscheidend Oh Gott, ey. Diese scheiß Dörfer, ey. Das ist so furchtbar. Okay, jetzt müssen wir uns vielleicht ein bisschen... Oh Gott, wo muss ich denn lang? Äh, hier nicht? Okay. Wo lang? Spiel! Entscheide dich doch mal! Meine... Okay, querfeld ein. Jetzt aber flott. Hab ich verloren? Die kümmern sich jetzt... Oh. Scheiß. Geralt! Warum springst du immer in deinen Tod? Ich hab nur geschlagen. Zack, liegt da unten. Das müsst ihr doch nur noch mal selber sagen. Ja. Das müsst ihr doch mal selber sagen. Das müsst ihr doch mal selber sagen. Das müsst ihr doch mal selber sagen. Vielen Dank.